Was geht denn meine Damen und Herren und ein Verständnis wird dir aufgenommen nach der Türken? Haben wir deine Fresse Stück Scheiße. Wenn ihr das Video kommentiert, fickt deine Mutter an. Wenn ihr das Video liked, fickt deine Mutter an. Und ich esse... Ja? Amener, jetzt hör mal was letztes rausgekommen ist. Was denn? Bei wem? Welcher Vorzimmer? Ich hab fünf in der Zeit gefickt. Welche meinst du? Deine letzte Vorzimmer meine ich. Der hat einen schönen Metallic Arsch gehabt, auf jeden Fall. Was hast du? Der nimmt auf, ne? Marvin, der nimmt auf. Marvin, das wird dir aufgenommen, weil wir reden gerade über Asche, wo ich reingesteckt habe. Also du kannst hier nicht dazwischen reden oder du kannst gerne zur Polizei gehen und diese Anzeige gerne erstatten, wenn der Körper verletzt ist. Und die ungültig ist, handelt es sich hierbei um falsche Verdächtigung. Ja, bitte? Okay. Ähm, ich wollte nur sagen, ich hab das auf jeden Fall geklärt. Also ich hab auch Minister geschrieben. Also passt mal so. Nur, ähm, ich hab ihm was vorgeschlagen, ich weiß nicht, ob er das haben möchte, weil ich hab grad kein Mikrofon, ne? Denkst du, er wird sich über einen Teaser freuen? So mit in dem Spiel paar Maps zu zeigen? Und dann? Ähm, ja, musst du mit dem abklären, Bro. Hab ich schon. Er meinte aber trotzdem, dass er jetzt nichts hat um dir gehen wollen würde, deswegen halt. Ja, ne, ne, der hat sowieso schon gemacht, also ihr könnt das Geld da jetzt einfach verhalten. Dann mach ich Ihnen diese Teaser mal vielleicht, freut sich bestimmt. Weil ich will mein Mikrofon haben, ohne Mikrofon fühle ich mich voll unwohl so. Ja, ja, Bro. Alles gut. Ich hab dich schon gequält. Aber hast weniger Lava nix? Jasin, komm. Warte, Bro, mein Mikrofon sind gleich fertig. Ich will dieses Spiel genießen, Bro. Und Leute, die grad dieses Video schauen, können gerne... Weißt du, was ich jetzt mache? Ich weiß nicht, ob man mich dann noch hört, aber ich geh sogar noch pissen, während ich Let's Play mach. Ich will immer noch wissen, was abgegangen ist. Wegen was denn genau? Nix hin und her und nix kam mehr rum. Hey, ich hab heute Bereitschaft seit ihr die Nacht da. Ich hab irgendwie 15 Stunden lang geschlafen. Wir müssen... Wir müssen aufpassen, Marcel, weil wenn du dieses Video schaust, wie bei, äh, Ding, The Rock... Aha. Erzähl mir mehr. Ja, es gibt so Taten, so weißt du, mein, Türken tun immer so auf Hulk, Mike und so, so Basis, Masis. Die gucken grad auf TV, Samsung TV, diese, dieses, äh, Let's Play, weißt du? Denken sich nur, ha, 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 ha. Aber in, 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 in dem Sinne hab ich es schon gefickt, weil die gucken ja grad das Video im Fernseher so. Die denken sich nur, was labert der grad für eine Scheiße. Aber ich geh jetzt erstmal pissen, weil das ist das beste Beispiel an diese Personen. Wartet eben. Ja, okay, das erklärt mir halt immer noch nicht, was abgegangen ist. Aber okay. Ich, ich versteh's auch nicht, bro. Hallo. Digga. Meine Finger riesen... Das ist mich grad beim Pissen, richtig? Hallo. Meine Finger riesen voll nach Gurke. Hallo. Hallo? 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 Hört ihr mich? Hört ihr mich? Hört ihr mich? Ja... Slaughterhouse Was steht da? Determined to summon the demon Azazan, Nathan uses live pigs as sacrifices to perform the ritual. And as his body wastes away, he is plagued with a hunger that cannot be satisfied. You've tracked your friend down, hoping to reverse the ritual and put a stop to the bloody carnage. Hört mal einsel! Warte, wo wir das Esel? Oha! Ich muss ihn wieder reinbeißern. Du bist so ein Esel, Digga! Er sagt Intro an schon, Digga! Er ist lauter als K, oder was? Ja, also ich ess grad nen Burger. Boah LKW! LKW! Digga, nix. LKW! Boah! LOL! Guck, guck, guck! What the fuck? Ey, das Spiel, bro! Alter! Okay! Lol! Das kann man öffnen, wenn man ein Käfig schlatt. Das sind Schweine! Hier die Mapper! Die Mapper aus einem! Hä? Dann kann ich sie bücken? Nein! Genau! Mit Schacht! Nein! Hier ist Medi-Kit! Medi-Cut! Medi-Cut! Medi-Cut, genau! Ich hab Angst, der allein! Ih, der ist scheiße! Echt? Echt? Kann ich das von hier aufheben? Nö! Ja, das ist einfach scheiße, der Mörre! Einfach, bestes Vergleich an türkische Familien! Der eine ist, das ist Raphael und das ist... ...K-K-K-K-K-K-K! Wie? Tote Kuh! Hier auch überall! Kann man die Kacke anscheinend aufheben, Bro? Ja! Entweder gehört's dazu, oder das ist diese, weißt schon, diese Sammeldinger! Hm! Alter! Alter! Ja, bist doch grü... Alter! Oh mein... Nee, ich hab' die... Hier ist doch in der Haupt! Mhm! Ich frage jetzt wo... Oh, Mann, lass! Die Mörders, wo du siehst! Ah, Mann, lass! Cool, du, Mann! Ah! Hier öffnen! Wahnsinn! Hallo! Boah, weißt du was krass, wenn der jetzt herrennt, so! Weiß schon, ich fahr! Boah! Wo ist das Ritual-Ding? Platz! Ich hab so'n Ding gefunden, guck mal! Ah! Ah! Boah, Kanister... Boah! Boah! Okay! Wir haben Kanister-Medikit! Boah, bis wir das checken, ist schon... Das dauert ein bisschen! James Bond wieder geboren, Digga! Also halten wir mal fest, gibt einen großen Raum! Diese zwei Käfig! Aber man muss diese Käfig aufmachen und die Kacke sammeln! Okay! Meinst du? Nicht die Schweine! Ja, weil guck mal, die Schweine sind hier drin und wir müssen die Tür aufmachen! Die ist eine 1 zum Beispiel, der Schlüssel! Hört sich blöd an, aber ist so! Anderes kann ich mir nicht vorstellen, jetzt! Wenn du Kacke drückst, siehst du ja das, was man einsammeln kann! Auf der Map, das ist so'n Ast oder so'n Knochen! Das ist auf jeden Fall nicht die Scheiße! Die Schuhe! Die Peach-Kur-Motherfuck! Okay, ja wo ist denn der Wichser? Es ist auf jeden Fall... Komm her, komm her! Bist du? Hier, ich bin bei den Schweinen, Bro! Komm her! Ah, da bist du. Warte, ich guck mal, wo du bist. Ich hab hier ne Tür aufgemacht. Komm, ich hab hier ne Tür aufgemacht. Lass gucken. Okay. Nach Medikit. Beklavte Schwein. Schweinefleisch ist lecker. Ich weiß das. Ich weiß das ganz genau. Wenn ich das Video anschauen. Fick da nochmal da. Jetzt hat man noch nicht was Phases bis jetzt. Es ist auf jeden Fall kompliziert, ey. Wie groß auch. Das ist übel groß, ja. Ich check einfach gar nichts. Diese Dreckschweine haben, Männer. Also lass uns eine klarstellen. Wir haben Kacke, wir haben Kanister. Komm, lass mal hochgehen. Marvin, ohne Scheiß. Warte, guck doch. Einfach Kacke. Und Schweine. Das wird schon übertragen. Ja. Ich kann mir vorstellen, dass wir Dings anmachen müssen. Lass sie mal die Kacke zeigen. Ja, geh doch hin und mach es. Ja, aber Dome kriegt das schon hin. Ich zeig dir jetzt die Kacke, weil die Kacke. Die müssen wir einsammeln. Die müssen wir in den Mündel stecken. Ja, es ist hier oben. Guck, hier ist Kacke. Die Leuchten. Wo ist Kacke? Lander, Mann, auch heute mal. Ah. 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 Ah, da siehst du. Iiii. Iiii. Oder was? Ja, hey Jungs, ich geh jetzt kurz machen. Marvin. Was müssen wir mit dem... Was ergibt... Was macht man mit Kacke jetzt mal ohne Scheiß in dem Spiel? Was hat man vor? Keine Ahnung. Wahrscheinlich Dome in dem Spiel. Mit Kacke kann man doch Gas produzieren oder Kuhscheiß und so. Ah ne, das ist ja keine Kuh. Dünner. Dünner oder so. Ja, ja, ja. Stimmt. Du benutzt jetzt einen Tierstangen. Ja. Es ist kompliziert. Meine Damen und Herren. Es ist sehr kompliziert. Diesen Ampel-Jank-Achse, wie kriegen das denn? Also fickt eure Mütter. Oh Gott. Komm. Ich weiß, wo's weitergeht. Hä? Okay. Okay. Komm her, Hauptraum. Komm mal, Hauptraum. Ich bin grad dabei, aber ich bin grad durcheinander. Ich geh wieder am Arsch der Welt. Du bist... Ah, du bist in den Seitengängen. Geh in den Hauptraum rein. Ja. Hier. Hier, komm her. Da durch den Schacht. Jawohl. Jetzt schau mal, da siehst du gleich, was richtig eklig ist. Hey, bevor... Geh mal davor, geh mal davor und guck. Rechts. Weiter davor. Weiter. Weiter. Aber was hat das denn... Aber was hat das denn... Aber was hat das denn... Hä? Alter, ich verstehe gar nichts. Alter Schwede. Alter, Alter. Hä? Der ist hier irgendwo. Ach du. Ich mach extra laut. Meine Frisse. Alter, hört sich das krank an. Wo ist der? Aber ich weiß es nicht. Ich glaub der sieht bei uns, oder? Obwohl das hört sich überhaupt nicht cool an. Da ist er! Ah! Nervt Neulung. Aber das zieht ihm auch. Alter. Ach du Scheiße. Das hier weiter durch den Schacht geht. Boah, willst du mich grad... Wir sind noch größer hier. Das Ding ist riesig, Alter. Boah, bis wir das geschafft haben, Digga. Albtraum können wir schon mal vergessen. Aber ich glaub da musst du das reinmachen, glaub ich, oder? Da war doch der Schredder. Ja, ja, da war der Schredder. Das hab ich gesehen. Der ist auch... Der ist auch... Das war glaub ich nicht für zwei Leute ausgelegt. Also... Ich glaub nicht, nein. Da ist der erste Schlüssel. Nice! Ja... Da ist so ein Ast. Da auf dem Dings. Hier. Auf dem Schrank, hier ist ein Ast. Ah! Der... Okay. TK... Hier ist schon wieder ein Schacht, Digga. Oh mein Gott! Ich weiß schon... Da sollte sie... Ah, hier ist wieder der Haupttraum. Okay. Oh! Oh! Ach du Scheiße! Ihhh! Geh weg von dem, geh weg von dem! Ihhh! Ihhh! Bruder, triggern du ihn bitte nicht! Ey, das ist... Das sieht nicht mehr normal aus. Das hat... Hast du den getriggert? Nein, nein. Hab du... Ey, die ist allgemein laut, Digga. Das ist jetzt schon... Komisch. Der Bastard ist übel laut, Alter. Obwohl wir nichts gemacht haben. Noch nichts. Ah, erster Tierstörer. Die Scheiße können wir nehmen? Ihhh! Jetzt hab ich die Scheiße genommen, oder jetzt? Ihhh! Ja, jetzt hab die... Hä? Du hast sie gar nicht in der Hand... An... Ja, das ist Dicks zum Aufnehmen. Die kann man einfach wegmachen, hä? Ach so... Okay... Ne, das ist Schweinbrug. Was können wir... Du brauchst irgendwas anderes, glaub ich, um die zu nehmen. Ja, wahrscheinlich. Also, Kanister zum Verbrennen. Dritter Tier... Tierstall. Ne, das war Benzin, kann das sein? Äh... Motor laufen. Ja. Damit der Motor läuft. Eventuell. Ja schon, aber... Wollen wir Themen wie dich jetzt auch? Ja, das ist die Frage, das weiß ich nicht. Da müssen wir was suchen. Fleisch... Hier ist der dritte, aber wo ist der zweite... Äh... Andere Seite, oder was? Pfff... Habu! Habu! Ah, das ist... Ah! Ach, es gibt zwei verschiedene Gegner! Es gibt die Schweine und diese... Die wohnen... Äh... Ja, ja, ja... Die sind auch... Ja, tschüss, übertreib halt! Sind auch in den Schächtern drin, die krabbeln. Perna. Ja, aber zwei Gegner, boah, das gab's bis jetzt noch nicht. Das stimmt, ja. Boah, übertreib komplett, Digga. Jetzt hab ich wieder... Geh mir die Scheiße auf. Und jetzt? Und jetzt? Hä? Versteh ihn noch nicht. Alter, wir sind Profis. Wir müssen wissen, wie das geht. Wir brauchen keinen Let's Player anzuschauen, Alter. Äh... Was wenn... Ne, anschleichen bringt nichts, oder? Ne... Ne... Warte? Ne, der war auch von mir. Ah... Ja, das mit der Kacke muss doch irgendwas zu bedeuten haben. Pfff... Ne... Verschwindet die Kacke, wenn du die nimmst? Ja. Ok, ganz komisch. Ich schau mich mal weiter rum. Bensin. Hier noch zu'n Raum. Aber hier ist nichts. Ergibt keinen Sinn. Da ist nast. Nast. Oh meinst du... Hast du den gesehen? Ja. Ich hab irgendwas gehört, aber nicht gesehen. Der ist ja lang gekrabbelt, Digga. Mhm. Aufgeraut. Abo! Was fangen jetzt schon an, die Lichter zu fangen? Da! Da! Guck mal wie schnell der ist! Abo! Wir haben niemals was gemacht, guck mal wie schnell der ist! Was ist das denn? Was ist das denn? Warte, warte. Wir müssen den töten, glaube ich. Guck, 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 guck! Ah! Ah! Wir müssen die töten und die schweinzig. Ich dachte, die verfolgen uns und die hauen an. Okay, das ist... Ah! Das ist krass gemacht. Ah! Das ist krass gemacht, so. Und das braucht Benzin. Da machen wir mal einen schon mal. Hummer, Hummer, Benzin, Hummer. Ja, guck mal ob du eins findest. Ja, hier haben wir doch hingelegt, hier hinten. Abo! Egal, alles gut, alles gut. Hier. Ja, komm jetzt. Lass deinen Raum, also den Schredder suchen. Wo auch immer der war. Ich hab keine Ahnung. Ich hab ja schon Schiss. Ich hab Angst vor ihm, Digga. Der sieht aus wie keine Ahnung, wer. Wir können uns ja nicht mal auf was einstellen. Wir wissen ja nicht mal, wie schnell die sind. Oder wären. Wie schnell er ist, ja. Ja. Kann ich mir vorstellen, dass die Viecher, die Knochen tropfen, auch schneller werden dann. Ja. Ah, hier ist der Schredder. Ah, hier, guck. Und jetzt? Ähm. Im Prinzip unten. Oder? Nein. Hier ist auch noch ein Kanz. Hä? Ah, hier, 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 hier. Soll ich backen? Warte, warte, warte. Lass mich runterkommen. Okay, wir sehen, was mit dem Schwein passiert. Drück. Schau. Achtu. Ah. Lass uns schauen, was passiert. Ei, 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 ei. Zack. Oh, mäßig. Alter. Oh mein Gott. Lass mir jetzt doch was drücken. Ja, hier mal. Nee. Hula. Nein. Mach mal, mach mal. Komm lang. Was? Komm lang. Ich will sehen, was passiert oben. Guck mal, guck mal. Du musst das Ding auch noch drehen, guck mal. Nein, oder? Und das letzte Schwein, oder? Lass ihn auf. Für die Aufnahme. Wollt ich? Ja, komm hin. Für die Aufnahme. Ich mal. Warte, jetzt, 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 jetzt. Geh hoch, geh hoch. Warte, geh hoch, geh hoch. Damit du siehst. Jetzt siehst du? Ja, ja. Oh mein Gott. Wo? Apu. Apu. Okay. Alter, die haben das krank gemacht. Die haben das krank gemacht. Ich hab Angst. Der würde pusten. Ich will eigentlich, dass der herkommt. Der hat kein Wort. Auf mich nicht zu gehen. Ey, ey, ey. Auf mich nicht zu gehen. Ich weiß nicht, wenn ich soll. Ich kann ja seinen Jumps gar nicht sehen können. Ich auch nicht. Apu. Ich hab Angst, dick. Wo ist der Muck? Ich hab heute keine Ahnung. Lass laufen. Noch passiert nichts. Glaube ich. Ey, komm. Oh, Alter. Wie ist denn? Komm mal los zu gehen. Wo ist der? Ich... keine Ahnung. Oh mein Gott, hab ich Herzinfarkt gehabt, Digga. Oh mein Gott. Der ist oben. Der ist oben. Nein. Was ist das? Ihhh. Okay, wir müssen die töten. Ich hoffe nicht, bei jedem kommt sowas raus. Der hat zwei Stück. Hier. Weg mit dir. Ja. Wir müssen ihn jetzt aber so beruhigen. Wo ist der Penner? Ja, erstmal beruhigen auf jeden Fall. Wo ist der? Abo. Achtung, Achtung. Ja, wir lassen das mal hier. Ich glaub, die werden wieder geklaut. Warte, hab ich so... Ah. Wo ist der? Keine Ahnung. Abo. 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 Erdeckt! Das passt schon, ne? Erdeckt klar riekt. Amun. Naa. Pissstich. Wir müssen uns aber merken. Hier irgendwo war doch der Kühlraum. Da können wir direkt zum Schredder laufen. Ja. Ne, hier nicht. Vom Hauptraum kommst du direkt dahin, aber wo? Zieh dir mal ne Maske an Verdeck, verreck Oder war das hier? Ich hör den Schredder auf jeden Fall, der ist hier Links Ja der gibt zwar einen besseren Weg glaube ich Obwohl hier ist es, hier Zieh dir mal ne Maske an Zieh dir mal ne Maske an Zieh dir mal ne Maske an So warte, ich Dreh du mal, ich will das sehen Äh gleich warte Ich muss kurz das hier abtrumpfen Sonst britt meine Pfeife alter Das ist schon echt gruseliger als der andere Scheiß, ehrlich Ja bis wir damit klarkommen, kann schon dauern Hm War auch so eklig Der ganze Ding ist voller Blut da unten Ich dreh gleich, ja? Bist du rum? Ja ja, ich schau an den anderen Drehe das Ding Okay Ich setz mich hin Jetzt drehen wir an die Scheiße Wo ist das? Das ist hier Das ist schon geil Das ist geil gemacht Jetzt kommt der aber wieder Oh Oh Hier ist wieder so ein Ding So ein Dropdown Wenn du hier herkommst kannst du hier runter Sollen wir hier auf dem Waden Warten, warten Der kommt, der kommt Der soll kommen Arminiski Ich höre ihn Links Oh, er kommt Arminiski Abu Der war links von uns Der ist auf jeden Fall im Raum gewesen Sollen wir warten, oder? Ja komm Der kommt Rein da Die Frage ist, kriegt er dich in den Schächten? Das weiß ich Das ist ne gute Frage Aber er... Ja das ist echt ne gute Frage Kannst du dich hier bei dir verstecken? Oh 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 Vor allem, was ist hier unten? Hier sind noch Dings Was sollen die machen? Ok, wenn du das mit Feuer spielst, dann bist du komplett behindert Pfff Pfff Achtung Arminiski Abu Abu Gelio Abu Er kommt Er kommt, er kommt durch den Lüftungschein Oder? Echt? Ne Hä, lol Was ist los? Achso Sicherungstür Hä, wie ist das Tür zugegangen? Keine Ahnung Ich geh dir vielleicht zu, wenn das Ding hier an ist Kann das sein? Ich glaub auch Anders kann ich es mir nicht erklären Oh, das ist Relative Blind, dann gucken wir das wieder auf Achso Pfff Wo ist der jetzt Arminiski? Pfff Zieh dir meine Maske an Lauf, lauf, lauf Lauf, lauf Er zieht mich beruhig, ne? Arminiski Nein Das ist auf jeden Fall so ein Schweinehunderkrank Super Uhhh Gitter Tja, wie ist das? Und? Hier hat sich niemand ber- Jetzt ist niemals beruhigt Ne, der ist oben Warte, warte, der kommt, der kommt Jammer Zieh dir mal ne Maske an Oh mein Gott, was war das? Gefrier Gefrier Loll Kannst du mich verarschen? Können wir sterben? Das weiß ich nicht Das ist Ah, ok Hier ist ein Hauss, Schlüssel Was mich interessiert, kannst du nicht zu Frost sterben? Digger, das ist schon echt Hardcore Ok, halten wir fest Hier ist der Eingang, da ist der Hauptraum Links, rechts, ok Schweinarme nach oben Vierter Schüssel Hier war 5, da genau Irgendwie viele von denen da sind, jetzt schon Ja Oder es ist der gleiche, der immer wieder spawnt, kann auch sein Ich habe einen Ruhm Ah Oh, was ist das? Hm Mh Naja Wenn du willst, kannst du den Kannst du nehmen Ich soll den, ok Komm, Merlin Hier durch die Kühlung wieder Ja, hier durch die Kühlung wieder Ja, hier durch die Kühlung wieder Suchst du lange noch ein Ding, aber Das läuft keil Zieh dir mal ne Maske an Hab gesagt, getan Echt so, Alter, er denkt sowas, ok Bo Jetzt geht's ab Ihh, morg Ihh Das ist sehr eklig Ja, Geräusche facken wir ja, man Boah, wir müssen das unbedingt zu viert spielen, Digga, das ist so geil Wenn wir wieder zwei hier haben Ah, Geräusche Ja, Geräusche Ach du Alter Willkommen Achtung Warte mal, kann der ja rein? Weiß es nicht Der kann da hin Weg, 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 weg Ach du heilige Scheiße Er kam da rein, Bruder Er hat mich doch fast erwischt Alter Er stand vor uns, gell, aber er konnte irgendwie nix machen Ja, keine Ahnung Gute Nacht Vielleicht kann er nix machen, wenn er gedingst ist Wenn er, ähm, das Licht in der Fris hat Das weiß ich nicht, der war aber übel nah dran Der war übel nah dran Der stand doch vor uns Ja, ich weiß Der war schon grad drin Ich bin hier irgendwo besucht Oder ich bin im Wingsraum Bin irgendwo hingelaufen, ich komm jetzt Na, die Türen sind geschlossen Ich kann nicht mehr raus Das macht's natürlich auch schwerer, ne, die Türen Ich kann hier gar nicht mehr raus Ich hör ihn, Digga, wo ist der? Sackgasse Oh, die Türen gingen auf Er ist Er ist in Gefrierung, glaub ich Ich glaub schon, dass man da sterben kann, weil hier steht der Friesing Weiß nicht Oh, ist das krank schwer, Alter Das muss man erstmal schaffen Hast du ihn abgeschüttelt? Hast du ihn abgeschüttelt? Ging wie bei mich vorbei Die Türen schließen? Ja, dann musst du wahrscheinlich, wenn die Türen schließen, musst du die Schächte benutzen Ja Aber dann weißt du ja nicht, was der von da kommt Der kann dir halt da auch hinterher rennen Das ist so eh geklafft Oder der Bug grad eh rum Bravo Oder im Lüftungsschacht kann er nicht, ich weiß es nicht Das wird der ja nicht reinrennen Das war ein Bug Ich glaub nicht, weil der rennt ja geduckt Stimmt Diese Dinger laufen nicht mehr rum, diese Diese Skeletten Doch, ich hab schon eins, aber die rennen oben rum Da ist noch einer Die rennen halt oben rum Da Aber erstmal die Map leeren und so, das ist schon schwer Ja, darum geht's ja jetzt auch erst Ich glaub nicht, dass wir gewinnen werden Ja, will ich auch nicht, ich will nicht gewinnen Nicht in der Beta Auch nicht Ich lass mich jetzt mal von dir überbischen, warte mal Guck mal Bildschirm bei mir Ja Oh Was ey Alter Was Was war das, wie laut war das Hä Was musst du da machen, achso Ey wie geil ist das denn Oh, hier sind Segen und so Ich muss drei von denen eliminieren Ich muss drei von denen eliminieren Aber hier sind auch Segen und Feuer und alles und Strom Ja Abo Da wird's ja auf jeden Fall nicht langweilig Wenn du stirbst so Der hat sich eh beruhigt, vermutlich Das dauert aber echt voll lange, alter Hä, wo bin ich? Was Wo man da kann ist da Ja, hab ich kann Wie? Hä, ich bin über Blut getreten und ich verliere Leben Ich werd langsamer, hä? Die schreit rum Wie hieß dies hier? Wie hieß dies hier? Wie hieß dies hier? Wie hieß das? Ja, ey Der schweinert mich Ja, okay Ja gut, dann haben wir schon mal gesehen, gell Müssen wir aber da